Es beginnt bereits zu dämmern, als ich noch einmal zum alten Wehr rausfahre, um mir ein wenig die Füße zu vertreten. Unheimliche Geräusche und mysteriöse Gegenstände verstärken meinen Verdacht. Irgendetwas scheint hier nicht ganz zu stimmen. Werden hier etwa im Geheimen illegale Experimente abgehalten? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020